Alles okay? Ich kann nicht schlafen. Woran das so liegt? Du nervst, ich hab die ganzen Nacht nicht geschlafen. Soll ich den Tee kochen? Fick dich! Fick dich! Wie redest du mit mir? Das Training geht nur neun Wochen. Und drei davon sind für die Sicherheit. Das Emergency Training. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. Wir hatten die Attrappen, die sich bewegt haben, Feuer simuliert und ins Wasser, Notwassern und mit den Rutschen runter. Und es hat echt Spaß gemacht. Natürlich habe ich nicht darüber nachgedacht, dass es ja vielleicht auch mal angewandt werden muss beim Fliegen. Das möchte man nämlich nicht. Ich habe auch die ganzen Flugerfahrungen immer in Träume verpackt und bin im Traum, ich glaube ich, 50 Mal abgestürzt. Aber immer das Flugzeug evakuiert. Immer, immer sicher die Leute ausgebracht. Und einmal wurde uns dann gesagt, dass ein Triebwerk abgeschaltet werden muss, was bei Fiedribergen nämlich so dramatisch ist. Aber... Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit! Schönes Arschloch! Lecken! Das Arschloch! Nicht die Pussy! Ich erfülle deine Wünsche! Besuch mich im Chat und lass dich überraschen! Das Arschloch! Das ist mein Traum! Du kannst dir grünen. Eier ist das St. Einer! Das ist mein Traum! Und auch mein Traum! Lecken! Und dann Pete, ich habe mich mit euch im Chat. Schmerz und das's mir in die Pulden. Ich verRIS! Und dann bin ich vom Fliegen! Das ist mein Traum. Und dann bin ich beim Brill. Und dann bin ich irgendwann! Oh! Und dann bin ich noch mein Traum. Und dann bin ich. Vielen Dank.